Dann reicht's nämlich erstmal. Vier Parts sind genug für heute. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Bam. Oh, wie sogar der Wind durch die Haare dieser Plüschbälle zieht, wenn man das mal gesehen hat. Da. Sieht man's? Ja, der Wind. Er pfeift durch. Oder die bewegen sich einfach, weil dieses Vieh sich auch bewegt. Das kann natürlich auch sein. So. Ah, ich hasse dieses Ding. Und dieses auch. Und ich hasse sie alle. Komisch. Jetzt kommen wir wieder zu diesen netten, von mir bekannten, ich hasse Kombinationen. Ich hasse. Ah, ich hasse es, darunter zu fallen. Es ist doch unfair. Es ist doch das größte, beschissenste. Der größte, beschissenste Haufen Scheiße der auf der ganzen beschissenen Welt. So. Damit da wäre meine Meinung zu diesem Spiel schon mal kundgetan. Nein, es ist immer noch gut. Es ist immer noch gut. Ich bin ja... Ich glaub, ich bin immer so einer, der sagt, ich find's scheiße, aber es ist trotzdem toll. Blau. Au. Du hast mir weh getan. Deswegen tue ich jetzt hier weh. Au. Blau. So. Gleich kommen wir wieder an die Stelle, die so böse ist. Da ist sie schon. Aha. Diesmal hab ich... Wow. Diesmal kämpfe ich mich hier durch. Ah, und wir können ja mal einfach tauschen. Ist ja eh das letzte nebenwieder, glaub ich. Oder auch nicht. Oder fast. Eigentlich schon. Autsch. Brauns. Je mehr Spezialwaffen ich hab, desto besser wird das, glaub ich, ganz für mich am Ende. Au. Weg mit dir. Ich hab gesagt, weg mit dir. Ey, jetzt hör mal auf mich. Sonst, 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 sonst gibt's heute keine Bratkartoffeln, keine Fellkartoffeln mit Quark mehr. Ah. Der will nicht. Der will gar nicht erst getroffen werden, oder? Blau. Blau. Zweimal wieder. Und noch einmal. Ja. Schön. Werde ich mir das jetzt holen, oder werde ich's nicht holen? Ich hol's mir. Ich hol mir das. Alles. Alles, was ich mir holen kann, hol ich auch. Nein. Ja. Energie. Und so rum klappt das auch. Cool. Ah. Also mit dem Springen, meinte ich. Ja, los. Los. Tötet mich doch alle. Na los. Ihr wollt es doch auch. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ey. Alles hier voll mit dämlichen Gegnern. Die auch nur aufgrund ihrer Masse. Ja, Klasse statt, äh, äh, ne. Masse, Masse mit Klasse, würde ich sogar sagen, zu denen. Weil die haben ja übelst viele Angriffe. Bam. Haha. Boing, 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 boing. Ja. Oh, es tut weh. Es tut so weh. Das zu sehen. Au. Bam. Es macht aber Spaß, diese Attacke einzusetzen. Blöderweise hilft sie nicht gegen manche Sachen. Deswegen wechseln wir einfach mal den Char und sehen, was passiert. Und hopp. Und hopp. Haha. Und hopp. Au. Ja, da kommt schon wieder ein großes Monsterchen. Ein großes Monsterchen? Ich weiß auch nicht, was ich damit jetzt sagen wollte. Au. Bam. Los, stirb doch. Ah, klappt nicht. Na los. Dich will ich noch. Dich will ich. Äh. Es geht doch. Oh. Wie schön. Das Bostürchen. Die hat nicht mehr viel. Sonst hätte ich die Waffe mal ausprobiert. Ja, sowas aber auch. Oh, aber hübsch ist sie. Oh, sie macht große Angriffe auf mich. Ganz böse. Au. Ah. Okay, aber so schwer ist sie anscheinend nicht. Ich müsste nur bis zu ihr hinkommen mit mehr als nur dem letzten Leben. Und dann würde es reichen. Also machen wir sie noch. Piu. 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 Okay. Also die lässt sich auf jeden Fall besiegen. Die hat nicht so viel. Die hält nicht so viel aus, würde ich sagen. Bam. Bam. Und nochmal. Bam. Ab nach unten. So schnell kann es gehen. Bis man an einem Level. Nein. 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 Ich hasse es, wenn ich in Löcher falle. Es ist so eklig. Es ist so grausam. Na. Löcher. Wieso? Wieso wurden sie erfunden? Wer hat das Loch? Wer hat Löcher erfunden? Hm. Ah. Das Loch erfunden von. Äh. Loh. Äh. Ne. Von. Matthäus. Ernst. Loch. Ja. Binannt nach ihm natürlich. Bam. Ah. Schön. So. Ich müsste jetzt nur ohne zu sterben mittendrin. Ach. Scheiße. Ha. Er fällt sogar in den Tod. Das macht Sinn. Für mich. Für mich macht das Sinn, wenn Gegner in den Tod fallen. Das ist sehr schön. Oh. Sehr schön. Sehr geil. Sehr. Sehr amüsant auf jeden Fall. So. Jetzt muss ich nur zusehen, wie ich an denen vorbeikomme. Ha. Springen. Das war die Idee. Das war die Lösung für unser Rätsel. Rätsel. Ja. Kein Rätsel ohne Lösung. Wie Professor Layton jetzt sagen würde. Na. Ich will hier durch. Ich will immer noch durch. Ich will. Lasst mich durch. Ich bin Ärztin. Ha. So. Äh. Ich glaube, die wollen nicht. Au. Ey. Flieg nicht in mich rein. Echt mal. Wieso haben wir nicht einfach Gegner, die in mich reinfliegen? Das würde auch ganz, ganz viel Arbeit ersparen. Au. Na okay. Dann halt unten lang. Was? Unten lang? Bin ich bescheuert? Das geht doch nicht. Ich muss unbedingt hier ein bisschen. So. Ja. Es geht doch. Ich dachte schon, jetzt wird es übelst eklig. Aber es wurde doch nicht ganz so übelst eklig. Sondern nur halbwegs übelst eklig. Au. So. Na los. Schießt alle. Au. So. Na komm. Na komm. Ja. Fertig. So. Jetzt kommt noch das Eisstückchen. Oh. Der ist ja wieder ganz böse auf mich. Guck mal, wie er mich besiegen will. Ah. Sein Kumpelchen hat geholfen. Aber er hat mich auch nicht getroffen. Haha. Wow. Bam. Ah. Voll vergessen. Siehste. Dann passiert es doch mal. Au. Ja. Dann passiert es doch mal, dass so ein Ding auf einen drauf fällt. Wenn man nicht mehr aufpasst. Sehr geil. Sehr geil bisher. Ich bin noch durchgekommen durch das Level ziemlich gut. Au. Was? Nö. Nö. So schnell kann es gehen. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich erstmal den Charakter gewechselt. Ah. Ah. Na los. Du und ich. Wir beide. Im Bett. Äh. Nachher. Weißt du. Hast meine Telefonnummer hier schon. Ah. Aber trotzdem. Die würde ich alle gerne mal. Äh. Äh. Flach legen auf dem Boden. Äh. Nein. Ah. Also ich meine, ich würde sie, ich würde sie ganz gerne mal. Ich würde den gerne mal eins reindrücken. Äh. Ah. Das glaubt ihr gar nicht. Blöderweise eher auf die Art, mit der man, ja, jemanden tötet. Also. Ich, ich meine, ich würde das gerne in diesem Spiel machen. Ich würde die gerne alle mal so richtig ordentlich vermöbeln. Ah. Ah. Runter. So. Müsste es halt nur noch klappen, dass... Upsa. Au. Das war nicht gut. Aber ich hab Energie. 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 Hab ich jetzt nicht mehr. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Brauch ja keine Sau. Ähm. Nein. Meine Lebensenergie. Ich komm und rette dich. Bam. Was war das? Ein Leben. Es war ein Leben. Es war kein Leben, oder? Was war es dann? Es hat sich komisch angehört. Es hat sich angehört, wie ein Leben sich anzuhören hätte. Nein. Wir werden es jetzt sehen. Es war ein Leben. Ha. Ah. Äh. Scheiße, nur, dass mir das nicht wirklich was bringt. Au. Denn ich darf ja wieder hier anfangen. Na, so eine Kacke, ey. Das wär geil geworden, wenn ich ein Leben gekriegt hätte. Oh, ein Leben. Ha. So viel dazu. Ja. 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 Jetzt muss ich nur noch bis zum, bis zur Bossin kommen. Zur Bossin? Wie heißt da eigentlich der richtige Ausdruck dafür? Bossina? Bosseline? Bäm. Bäm. Nee, Bäm heißt es nicht. Also, das wüsste ich. Also, das wüsste ich. Au. Äh. 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 Au. Ach, ich hasse es, wenn sowas... Ich hasse es, wenn Leute mir wehtun. Warum auch nicht? Zack. 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 Zack.